Okay, wir sind jetzt hier alle an der Vermietstation Tempelhofer Feld und machen eine Go-Kart-Tour mit 1, 2, 3, 4 Kindern und 3 Erwachsenen. Hier sind alle zu sehen, außer mir natürlich, ich muss auch aufsteigen, quer übers Tempelhofer Feld. Los geht's! Oh, es geht's! Oh, es geht's! Oh! Ah, der ist doch gut! Oh, es geht's doch mal, es ist doch mal! mit dem picknick zeug hey, wie war's? super, schön windig, wir haben einen Strand so viel Spiele hier einander Blick, freie Fläche, einfach cool macht Spaß ok, mir gefallen gut, es ist schön, man kann schön in die Kurven fahren es macht Spaß, schön schnell zu fahren mir hat's gut gefallen ok